Es kommt nicht jeden Tag vor, dass der gesamte Zürcher Stadtrat für den Augenski nach Schwammerdingen kommt. Dabei hat er auch die neue Wercherei besichtigt. Die Schwammerdingen hat ihn dabei begleitet. Die beiden Kulturschaffenden, Hannes Schmid, Fotokünstler und der Schwammerdinger Nick Chris, haben einen Einblick gewährt in ihre Arbeit und in ihre Ateliers. Die Strassenopere spielt nur für Götter, Geister und Dänke. Ich habe oft mit Klebebandbandbildern gedacht, dass man meistens grundspezifische Zeug entwickeln, ob das für Banken, Ämter oder Privaten oder im Sehen ist. Die Stadt hat ja auch zwei, drei Jahre gekriegt, eben unter anderem im Amt für Arbeit und Wirtschaft, wo ich hinweist. Es ist dort eine enorme Dinge und es ist so leicht neig, dass es in den 20 Jahren ist. Es ist ein Verein, wo es schon mal ein neues Jahr war, im Auftrag von der Stadt Zürich, im Sozialdepartement. Wir haben junge Leute coachen, beschäftigen, motivieren, wieder einen Einstück zu finden, in das Arbeitsleben. Es ist entstanden aus dem Quartier, aus der Quartierarbeit, Jugendarbeit. Und dann haben wir einen Verein gründen mit der reformierten Kindergemeinde Schwangendingen. Und in der Stadt haben wir zusammen den Klägerverein und coachen und begleiten sie bald 30 Jahre. Wir initiieren das. Der Norman Schuster, Leiter der Buchsakademie, zeigt auf, dass alle, die Freude am Buchsen hängen, im Ring willkommen sind. Verkäufer der Flaschen, ich bin Fussfrau, ich bin alles eine Person. Das macht es mir immer nicht leicht, dann auch Aussengespräche zu führen mit den Schulen. Mit einem Blick in den einzigen Laden in der Wercherei, der Firma Bösner mit grafischem Bedarf und dem Start-up-Unternehmen Blue Lion, wo der bislang grösste Mieter in der Wercherei ist, hat den Besuch vom Zürcher Stadtrat geändert. Die Musik ist schließlich in der Wercherei. Der hat das in der Wercherei. Der ist ein Schuster. Der ist ein Schuster. Der ist immer frei. Die Neunutzung des Amageröde ist stark gemacht. Wenn Sie heute durch die Werkerei laufen, was sind Ihre Empfindungen? Man sieht, seit es eröffnet wurde, sind ich das letzte Mal hier, dass es sich wirklich entwickelt hat. Es ist alles weiter fortgeschritten. Die Leute sind eingezogen, die Leute sind am Arbeiten, die Leute sind angekommen. Was mich besonders freut, sie fangen an zu vernetzen. Verschiedene Nutzungsarten, verschiedene Leute, die vielleicht sonst nicht zusammengekommen wären, können an diesem Ort, wo sehr unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer drin sind, sich treffen. Dann entstehen neue Verbindungen, neue Netzwerke und vielleicht auch neue Ideen. Das freut mich ganz besonders. Faschalist du auch um das Modell? Ich glaube, die Zwischennutzungsfrage, was in Bewegung ist, was nicht auf die Ewigkeit ausgerichtet ist, ist etwas, was sehr aktuell, sehr modern ist und sehr viel mit unserer heutigen Zeit zu tun hat. Vielen Dank für Ihre Auskunft und einen schönen Tag noch für die Schwammerdinge. Wiedersehen beim auch. Ich wünsche Ihnen auch. Danke.